Hi, schön, dass du dir dieses Video anschaust und in diesem Video erzähle ich dir ganz kurz, wie das Mentalcoaching bei mir abläuft. Und zwar zum einen, ganz zu Beginn, wir telefonieren erstmal, wir lernen uns kennen und du erzählst mir von deinen Beweggründen, warum du dich mental aufbauen möchtest, was dahinter steckt, was so gedanklich in dir so vorgeht. Und dann schreibe ich mir das auf, was ich mit dir so für Übungen machen kann und zwar läuft das alles telefonisch oder online per Zoom-Call ab. Und wir vereinbaren daraufhin dann Termine. Am besten würde ich dir empfehlen, einmal die Woche, dass du wirklich dran bleibst und deinen Mentalmuskel regelmäßig aufbaust und dein nächstes persönliches Level erreichst. Und das ist dann immer eine Stunde und wird dich allerdings, ich werde dir dann auch zusätzliche Übungen mit an die Hand geben, dass du dich dann die ganze Woche immer weiter mit dir beschäftigst. Und so läuft das in etwa ab, wenn du daran Interesse hast, dich weiter aufzubauen und dein nächstes persönliches Level zu erreichen, freue ich mich, dein Coach zu sein. und dann hier vielleicht noch einen Moment. Vielen Dank.